So meine Lieben, ganz herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und heute geht es wieder um Horse Reality. Heute mit einem kleinen Special, was ich schon angekündigt hatte, aber nicht vorher geschafft habe abzudrehen. Und zwar habe ich Single getan. Zum einen habe ich ein paar Pferdchen im Sale. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Das sind jetzt die beiden, die bereits sowieso weg sollten. Und Witches Brew ist eine Rabicanu-Stute mit dem wahrscheinlich Rabicanu-Fohlen, da bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, auch aussortiert. Und zum anderen, das könnte jetzt interessant sein. Ähm, ja, ich habe eingekauft. Halbwegs zumindest. So, fangen wir mit diesem hübschen Kerl an. Und zwar habe ich ihn gekauft. Das war der Hengst, der nicht aufgedeckt war, mit dem ich aber trotzdem gedeckt habe. Also, ich finde ihn super hübsch, vor allem mit dem Aalstrich. Ähm, hat ein E, ein A, ein Cream, ein Done und Splashwood 1. Äh, mag ihn aber trotzdem total gerne. Hat eine 807 und überall gut, außer ein Average. Und, ähm, genau. Mal gucken, was der so bringt. Und, äh, ja genau. Der darf jetzt meine Zucht schmücken. Und ich hoffe, dass da auch was Gutes bei rumkommt. Ähm, genau. Außerdem habe ich zwei Stuten von meiner besten Freundin bekommen, die, äh, ein bisschen ihre Pferde aussortiert hat. Ähm, sie sagte, ey, äh, ich habe hier noch zwei Stück. Und, ähm, entweder kriegst du die oder Gisela bekommt sie. Und, ähm, ja, sie sind nicht total super. 692, ähm, paar Averages drin und so. Und, äh, ja, ich bin mal gespannt, ob ich daraus was Hübsches machen kann. Ob ich da irgendwas rausbekomme. Ähm, das steht noch in den Sternen. Sie ist auch noch gedeckt von dem hübschen Kerl. Ähm, ich bin sehr gespannt. Mal schauen, was wir damit, äh, anstellen können. Und das ist die Hannelore. Das ist auch von meiner besten Freundin ein Pferd. Ähm, 687. Hm, gut. Zwei Average. Ich glaube, das ist auch so ein, äh, ups, so ein, so ein, ja, hier. Ja, ne? Genau. Auch gedeckt von ihm, der bereits gestorben ist. Auch schade. Ähm, ja, wir werden schauen einfach mal, was wir rausbekommen. Ähm, und werde mich dann entscheiden, ob ich sie weiter behalte oder nicht. Aber jetzt am Anfang werde ich es erstmal probieren. Und dann, jetzt geht es weiter mit dem Trommelwirbel. Und zwar habe ich eingekauft. Schettis. Und zwar, ähm, diesen hübschen Kerl. Ich finde ihn unheimlich süß. Hated Fluff habe ich ihn genannt. Ähm, ja. Äh, er hat 545. Er hat ein E1A. Ähm, und Tobiano. Und er hat, äh, 5, äh, Goods und 5 Average und 2 Below Average. Aber, wie gesagt, die Zucht steht am Anfang und, äh, das ist voll in Ordnung. Ich bin sehr gespannt, was der hübsche Kerl, ähm, macht. Und hier habe ich eine Stube gekauft, die, ich glaube, auch nicht rechtlich ist. Genau. Ja. Äh, die ebenfalls 5 Goods hat und, äh, 5, äh, Average und, äh, 2 Below Average. Ähm, genau. Da, äh, werde ich auf jeden Fall, werde ich sie, ähm, von meinem Hengst decken lassen. Das machen wir direkt. Damit unsere Shetland-Zucht mal ein bisschen vorangeht. Eine Shetty habe ich ja noch trächtig. Da kommt auch bald bestimmt das erste Fohlen. Freut mich total. Ich, ähm, finde die ja so knuffig, ne? So knuffig. Okay, geht's weiter. Ich habe auch eine ganz süße Maus. Das, glaube ich, war die teuerste, die ich gekauft habe. Fun Heaven. Man sieht es am Budget. Ich habe jetzt auch überhaupt nicht mehr viel. Ähm, dazu habe ich noch die ganzen Pferde ausgestattet mit Kram hier. Ähm, ja, und jetzt ist einiges weg, ähm, aber das macht nichts. Ähm, genau. Sie ist ein, äh, Sabino, 519 nur, aber das ist mir erst mal egal, weil die Farbe echt special ist. Sie hat auch nur drei Gürt. Ähm, aber die Farbe ist so special und ist aus den Eltern, aus den langweiligen Eltern. Und ja, auch sie war, glaube ich, nicht gedeckt. Und das werden wir trotzdem jetzt machen mit meinem Fainted Fluff. Drückt mir die Daumen. Wir gehen da rein. So, dann habe ich, das ist jetzt das Fohlen. Samhain's Cookie habe ich sie genannt. Und, ähm, sie hat einfach zwei verschiedene Augenfarben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie schon, äh, ja, ein bisschen was hier hinter sich hat. Aber, das bedeutet, dass sie Splash White 1 hat. So, und, ähm, ich bin super gespannt, was sie mir für Fohlen bringt. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, denn sie ist erst zwei Monate alt. Aber, ich freue mich da richtig drauf. Sie hat auch nur drei Gürt, aber das ist mir egal. Sie, äh, sie ist super. Ich finde die total super mit ihren zwei verschiedenen Augenfarben. Ich, ich bin so gespannt, wirklich. Und dann kommen wir natürlich auch zur Mama. Und, ähm, sie hat so ein richtig schönes Sinnkontrast aus Schwarz und diesem Rot-Fuchs-Brauner. Finde ich halt super hübsch. Ne? So wie die Eltern. Kurz einmal hier reinschauen. Sie hat zwei A, ein E. Aber kein Splash White 1. Also hat das nicht von der Mutter. Äh, hat das Baby, ist nicht von der Mutter. Ähm, sie hat allerdings vier Gürt, finde ich auch ganz gut, und nur ein Below Average. Und ich weiß gar nicht, ob sie trächtig war. Sie war auch nicht trächtig. Okay. Ähm, ich hatte mir nämlich einige Stuten angeguckt. Und, ähm, schön, dass die alle nicht trächtig sind und ich die von meinem Hengst decken kann. Das hätte ich schon jetzt zwei, drei Tage machen können, aber ich wollte euch da mitnehmen. Und, äh, euch die Stuten vorstellen. Und, ja, hätte ich natürlich auch machen können, aber ich finde, es ist immer irgendwie was Besonderes. Mir gefällt, wie ich schon gesagt hatte, einmal hier der Hintergrund nicht. Deshalb habe ich schon Pettit Fluff einen neuen Hintergrund geschenkt, der so ein bisschen mich so... Ich glaube eher, das ist so... Ich weiß nicht, woran mich das erinnert, aber ich finde, es passt einfach. Und, ähm, genau. Das war's schon. Eine kleine, kurze, knackige Folge mit meinem Zuwachs. Und, ähm, genau. Wir werden jetzt einmal noch, äh, ganz schnell, ups, die, ähm, in ihre Suchtherden stecken. Das war, glaube ich, der Cream, ne? Den packe ich mal in Cream. Hier, sie packe ich auch in... Upsi. Sie packe ich auch in die Cream, weil, äh, sie hat, äh, Cream-Gen. Und sie hat natürlich das Schwarz-Gen, dann kommt sie in Black. Zack. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Oreo-Quicks wird auch bald abholen. Und heet die beiden Stuten, die, ähm, darauf warte ich auch noch brennen, dass sie groß werden. Das ist, äh, an einem Tag der Fall und noch in einer Woche. Und, ähm, genau. Aber ich wollte, dass es langsam ein bisschen vorangeht. Deshalb habe ich mir schon ein paar Erwachsenenstuten dazu gekauft. Und vor allem sie hier ist ja einfach super süß mit dem, äh, Sabino. Da freue ich mich sehr drauf, auf den Nachwuchs. So. Alles klar? Das war's jetzt nun wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und lass mir gerne ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da. Und, äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.